Harry Kane soll den Sturm des FC Bayern München beleben. Anfangen will der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gleich im Bundesliga-Auftaktspiel. Bayern Münchens neuer Top-Stürmer Harry Kane will im Bundesliga-Auftaktspiel das tun, wofür er geholt wurde. Natürlich will ich in meinem ersten Spiel direkt Tore schießen, sagte der Kapitän in einem Sky-Interview. Hoffentlich kann ich mit Toren helfen, damit wir das Spiel in Bremen gewinnen. Bei seinem ersten Einsatz am vergangenen Samstag im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig, 0 zu 3, war Harry Kane ohne Treffer geblieben. Wir sind bereit, zurückzuschlagen. Eine solche Niederlage im eigenen Stadion willst du als Profi im nächsten Spiel wieder gerade rücken. Ich freue mich auf den Bundesliga-Auftakt, sagte der 30-Jährige. Er fühle sich bereit, sagte der Stürmer, er habe zuletzt viele Trainingseinheiten und Spiele absolviert. Zwar nicht hier mit den Jungs bei Bayern, aber ich habe eine komplette Vorbereitung absolviert. Trainer Thomas Tuchel hatte nach der Supercup-Niederlage angekündigt, dass Kane am Freitag spielen werde. Bayern hatten Kane erst vor wenigen Tagen für die Rekordsumme von über 100 Millionen Euro von Toddenham-Harzburg verpflichtet.